Ich habe einen Trank gebraut, aber was bringt es mir? Ich sehe nichts, woran ich irgendwie ziehen könnte. Ach so, hier, der Schrank, ja, ja, okay. Ich bin doof, hallo. Umbridge. Yay, Katzen und Wollknäule. John ist Thema. Ich mag sie trotzdem nicht. Meine Zauber. Oh, die neuen Bücher. Was ist das denn? Können ja lustig es sein. Hey, sind hier noch Schüler? Ich kann anscheinend Tentakel zaubern. John. Jetzt lernen die was ordentliches. Ach so. Ich mag die schon. Gute Frage. Ich nicht. Do, Krumbein. Schlüssel gefunden. Blöde Umbridge. Ich gehe. Sind hier Schüler? Echt nicht? Hä, wo sind die ganzen Schüler hin? Ich will noch meinen Tentakel-Zauber ausprobieren. Dankeschön. Danke, 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 danke. Bleib stehen. Bleib stehen. Alter, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Tentakel-Zauber? Irgendwer? Da oben kommt der. Oder ich nehme dich. Hey, du hast da Tentakel auf den Kopf. Entschuldigung. Musste sein. Freiheit. Hups. Entschuldigung. Da würde ich jetzt den kleinen Sahnstocher auch wegschmeißen. Run im roten Pulli. It's Pulli time. It's Pulli time. It's Pulli time. was ja ich habe mir keine ach du willst einen kerl hier hast essen irgendwer gibt mädchenkeulen ok sie sind alle leer Sorry, Ron. Du stehst halt einfach irgendwie immer im Weg. Hier. Du hast ein ordentliches Schwert. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. So. Der kriegt kein Schwert. Der kriegt Prügel. Jeder das, was er verdient. Der hat sich selbst wieder zusammengesetzt. Das geht nicht. 30,70? Was? Was bekomme ich? Du bekommst bald einen fertigen Download von Odyssey. Hä? Hä? Bau dich doch nicht selbst zusammen! Mann! Ich kann so nicht arbeiten! Mann! Ich kann so nicht arbeiten! Mann! Isbro! Ups! Do, du hast deine Bücher vergessen! Entschuldigung! Ja, ist okay. Übertreib sie. Nur zu Lumos, um grüne Racken zu verscheuchen. Jetzt nicht. Du musst mit, wirst du mit spielen. Hey! Danke. Entschuldigung. Alter, die rennt da immer noch rum. Vom Handy auch immer in meine Zauber rein. Kann mir das mal wer erklären? So, jetzt bin ich am Handy und kann ich auch endlich gucken. Yay, willkommen zurück. Mädel, beruhig dich doch mal. Ich hab aus Versehen auf dich gezaubert. Du musst jetzt nicht drei Jahre lang panisch rumrennen. Also, die Brücke hat sich irgendwie verändert. Guten Tag. Wie geht's dir, Debbie? Wie geht's dir, Debbie? So, ich hab Steine gesammelt. So, wie geht's dir, Debbie? Das muss machen die Broten. Ja, wehtun. Ich hab mich gestern geschnitten. Ich bin groggy. Das glaub ich dir. Ui, J4 schon durch und das Neue Testament geschlittert. Ja, hallo, komm mal an da. Wir hatten irgendwie nur noch von Jahr 4 eine halbe Stunde. Hast ja auch hier gerade getrunken bei Sea of Thieves. Ja, das muss man doch. Bups. Pilze? Irgendwer Pilze? Ich hab in Valhalla gelernt, die sind gut. Ich will so gern Sea of Thieves, aber niemand spielt mit mir. Oh, mit mir auch nicht. Die Jahre verfliegen nur so. Ist quasi Hexerei. Aber das Problem ist auch immer, ich hab einfach so viel, was ich spielen will. Ich hab gar keine Zeit für alles. Alter, guck mal. Da hat der Steine gestapelt. Ron, geh mal weg. Valhalla Vibes. Wir müssen mir die Spiele, die ich noch spiele, erstmal kaufen. Ja, ich hab sehr viele Spiele von denen, die ich spielen will. Aber so wenig Zeit. Oh, glitzert das hier. Glitzerparty. Oh, glitzert das hier. Okay. Okay. Pilzer. ihr seid ganz toll jetzt habe ich ein ohrwurm und ich werde jetzt nicht singen ohrwurm bitte gern dank dort leuchtet aber hier da darf ich nicht hin das war das ziel gemein steine alle steine steine werfen steine stapeln die kürbis kaputt machen die kürbisse nicht kaputt machen das akzeptiere ich nicht Das hat mir den Oberschenkel geblischt. Geh kaputt! Zerstörungswut! So. So, Herr Schüler, Sie dürfen, Sie dürfen. Hey! Ich muss hier hin? Das ist ja fast schon langweilig. Helmine! Bordeln! Bordel, 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 bordel. Nee. Was ist das, was ich denke? Was ist es? Ja! Du, du, du. Okay, nicht ganz. Ein Hubsack! Run, du stehst schon wieder im Weg. Nein. Nein. Zieh! Gut, ich geh ja schon mit Luna mit. Hey, Luna, was geht? Gesundheit? Nießt sie mich einfach an? Wo ist überhaupt dein Mundschutz, hä? Hä? Ups, falscher Chat. Wat? Nein, wir haben wieder ein Zapp verloren. Ich sag doch, jetzt nach und nach gehen die ganzen Geschenkshubs weg. Du, geht fremd? Ja. Aber Illusion of Time sagt mir was. Luna im blauen Pulli. Ich hab nicht aufgepasst, was soll ich tun? Tentakel! So, jetzt erst mal ein bisschen Elektro-Swing hören und entspannen. Ja, Entspannung. Ich sollte damit aufhören. Illusion of Time. Super NES RPG. Das war noch Zeiten damals. Ja, daher kenne ich das. Ups. Einzige Brücke zerstört. Ähm. Wo muss ich hin? Da nicht. Nein, 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 Pilzmann, geh weg. Keiner mag den Pilzmann. Mikor, du hörst noch 10 Minuten. Komische Dinge, hörst du, Blum? Hab ich aber auch gehört, Mikor? Es sind elf. Ne. Elf wird nicht akzeptiert. Nein, nein, Harry. Nein. Achso. Ja, jetzt kann ich endlich hüpfen, scheißlich. Schaffe ich das darüber? Hüpfen? Yay! Skills. Oder so. Harry, es reicht. Danke. Er drückt einmal auf Zaubern und er holt 30 Mal aus. Trinken! Oh, nur noch 2 Gigabyte. Yay! Und dann gibt's Odyssey. Zumindest passt. Nein! Ih, Pilzmann, Pilzmann, nein, Pilzmann. Geh, geh weg. Harry, wehre dich. Tu was. Nein, verzieh dich. Ach man, oh. Noch gibt es kein Odyssey. Oh. Da wohnen die Schlümpfe. Ah, okay. Boing, boing. Nein, da ist schon wieder ein Pilzmann. Das sind 2 Pilzmänner. Geh, weg. Geh, geh weg. Ach, die Pilzmann, fertig. Ich bin dabei. Oh, es sind so viele. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Nichts? Gott sei Dank. Da. Gelausche, da fehlt eine Brücke. Au! Ich glaube, es ist hier alles so aggressiv. Was ist die Häuser heile? Nein. Kollateralschaden. Nein. 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 Dun, 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 dun. So. Ich, ähm, Banane, Karotte, ich brauche... Fleisch! Fleisch! Hast du Fleisch? Yay! Debbie will so eine Banane und eine Karotte! Solche Blätter hätte ich auch gern mal... Ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Würde den ganzen Tag drauf rumhüpfen. Ich, äh, das ist ein... Oh... Ich bin... Ich bin...